Im letzten Video ging es ja darum, warum solche Nisthilfen, Bienenhotels eigentlich völlig verfehlt sind in ihrer Aufgabe oder solche Baumaterialien gar nicht geeignet sind. Und in diesem Video möchte ich zeigen, wie du dein eigenes Insektenhotel am einfachsten und am sinnvollsten selber bauen kannst. Wir haben hier Materialien, an die kommt im Grunde genommen jeder ran. Wer ein bisschen handwerklich geschickt ist, kann das treiben bis auf die Spitze und sich richtig tolle professionelle Bienennisthilfen bauen oder man baut es und man bleibt einfach und es erfüllt trotzdem seinen Zweck. Also wenn du auch planst, ein Bienenhotel selbst zu bauen, dann bleib dran und schau mal rein. Ja, in diesem Sinne wieder herzlich willkommen bei Holznatur und Garten. Hier zu unserer kleinen Wildbienenreihe, die ich hier aufgesetzt habe und jetzt in mehreren Teilen so nach und nach zeigen möchte, um so ein kleines bisschen das Verständnis zu schärfen nochmal, noch ein bisschen mehr zu sensibilisieren, auf was man achten muss. Im vergangenen Teil ging es ja um die, ja, durchaus teilweise sehr mangelhaften bis gar nicht brauchbaren Bienennisthilfen und Insektenhotels. Und in diesem Video soll es jetzt quasi um die Eigenherstellung gehen. Ein klassisches Do-it-yourself-Projekt, wie es auch mit Kindern unter Umständen durchgeführt werden kann. Sowas kann man von ganz einfach bis durchaus ein kleines bisschen ambitionierter gestalten. Wer da hobbymäßig ein bisschen besser ausgestattet ist, kann da durchaus richtig aus dem Vollen schöpfen. Und wer da solche Werkzeuge eben nicht zu Hause hat, der kann sich auch mit einfachen Mitteln behelfen und kann ein adäquates Bienenhotel, eine Bienennisthilfe aufbauen und entsprechend im Garten platzieren. Also fangen wir doch mal mit einer der einfacheren Möglichkeiten an. Man kann in vielen Baumärkten, Pflanzenmärkten Bambusröhren kaufen. Vielleicht hat ja sogar der ein oder andere ein Bambus zu Hause und kann das ein oder andere Mal trockene Bambusröhren, wie hier gezeigt, ernten aus dem eigenen Garten. Das wäre natürlich der optimale Fall. Lässt die ein bisschen trocknen, ablagern und kann dann entsprechend hier solche Röhren nutzen. Die Lochgrößen unterscheiden sich bei solchen Bambusröhren natürlich nicht von den Bohrungen, die wir in Hartholzklötze hineinbringen würden. Das heißt, wir können uns hier irgendwo bei diesen Bambusstäbchen entsprechend zwischen 2, 2,5 und 10 Millimetern bewegen. Entsprechend zugesägt und ein bisschen geschickt eingeteilt, dass man so einen Knoten hier im Bambusstab immer so als Ende der Röhre verwenden kann, damit die Röhre nach hinten nicht offen ist. Ansonsten wäre es vielleicht sinnvoll, die zu verschließen mit einem Fropfenlehm oder mit ein bisschen Watte, damit da von hinten keiner eindringen kann und die Biene, wenn sie in die Röhre krabbelt, nicht eventuell Licht zieht und würde die Röhre meiden. Das wäre schade. Aber wenn ich mir das hier so angucke, da kann man gut zwischendrin Stücke rausschneiden, die dann nicht allzu viel Verschnitt ergeben würden. Von daher eignen sich solche gut ausgewählten Bambusstangen hier aus dem Pflanzenmarkt oder Baumarkt relativ gut. Allerdings gibt es da auch ein paar Unterschiede. Das kann durchaus mal sein, dass hier vorne oder bis zu einem gewissen Anteil im Bambusstab noch eine ganze Menge Mark drin ist. Es ist jetzt nicht so, dass die Bienen das unter Umständen oder dass es Bienen gibt, die das Mark rausarbeiten, um dann ihre Niströhre fertig zu machen und herzurichten. Aber für die normalen, löcherliebenden Bienenarten sind die marklosen Stängel am besten geeignet. Zuschneiden kann man solche Stängel relativ einfach. Mit einer guten, scharfen Gartenschere lassen sich viele der Bambusstäbe sehr, sehr gut auch mit einer Gartenschere schneiden. Das geht besser als gedacht. Allerdings sollten die Bambusstäbe dabei nicht zu alt sein und nicht schon zu lange draußen in der Witterung gestanden haben. Dann kann es sein, dass sie einbrechen und dann unbrauchbar werden oder reißen. Und das wäre an der Stelle schade. Die sicherste Methode ist immer noch Sägen. Das geht hier mit so einer japanischen Feinsäge sehr, sehr gut. Die gibt es mittlerweile auch schon ein bisschen günstiger im Baumarkt. Wer sowas mal hat, der wird sie wahrscheinlich nie wieder hergeben. Und wenn es nur der Einstieg mit dem Bau einer Bienennisthilfe ist, aber wer mal mit so einer japanischen Zugsäge gearbeitet hat, der möchte eigentlich nie wieder mit einer anderen Säge sägen. Das mal so als kleiner Hobbyhandwerker-Hinweis für den einen oder anderen, der vielleicht noch irgendwie plant, sich nebenbei ein bisschen neues Werkzeug zu kaufen. Ich habe mir hier zum Bearbeiten, zum Zusägen der Röhren, so ein ganz einfaches Hilfsmittel zurechtgebastelt. Das ist einfach nur ein Brettchen, links und rechts ein bisschen Restsperrholz, was ich gerade so in der Kiste liegen hatte, habe ich zurechtgesägt, habe das hier draufgeleimt, vernagelt, dass es ein bisschen hält und habe mir dann von einer Richtung her, von hier drüben, einmal 120 mm und 140 mm etwa einen Schnitt komplett hindurch, also durch die Wandung hindurchgesetzt, sodass ich hier mit der Säge sauber eintauchen kann und kann quasi hier immer auf dieselbe Länge, wenn man sich hier hinten ein bisschen frei orientiert, entsprechend auf meine Längen sägen kann. Damit die Bambusröhrchen nicht verkanten wegen den Knoten, dann kann es sein, dass das zum Ende immer ein bisschen einknickt, da kann man sich so ein kleines Restleistchen nehmen, kann das hier reinlegen und da liegt dann perfekt die Bambusröhre drin. Da ist jetzt zum Beispiel so ein Maß, die habe ich jetzt alle auf 120 mm Länge gesägt und dann kann man hier wunderbar vorne dran, ich versuche das mal hier zu zeigen, wie das aussieht, und dann kann man das wunderbar hier vorne dran absägen, es verkantet nichts und man hat da keine Probleme. Die Sägen sind sehr, sehr scharf, deswegen, wenn da mit Kindern gearbeitet wird oder Kinder wollen auch mal da immer ein bisschen dabei bleiben, die Säge am besten schon hier in den Schlitz hineinführen und dann ein bisschen beobachten, wie damit gearbeitet wird, damit es da keine Verletzten gibt an der Stelle. Macht unglaublich viel Spaß, geht sehr, sehr schnell. Im Grunde genommen ist es wie Grünzeug schneiden in der Küche, man braucht nur wenige Züge und das Stäbchen ist durchgeschnitten und gibt wirklich einen hervorragenden, sauberen Schnitt ohne viel Faserabrisse und Auffaserung, Absplitterungen an der Bohrungswandlung und so weiter. Geht wirklich sehr, sehr gut. Als einfachstes Beispiel für solche Bambusröhrchen, hier habe ich jetzt wirklich ganz viele verschiedene zusammengewürfelt, kleine Bambusstangen, dickere Bambusstangen und alles irgendwo hier wild einsortiert, so dass sich ein ordentlich dichtes Paket gebildet hat. Da kann durchaus noch ein, zwei passen hier noch dazu, dass das ein bisschen verklemmt und dann passiert auch nicht mehr so viel und dann kann man so eine Nisthilfe im Grunde genommen schon anbringen. Man sieht hier zwischendurch, dass durch solche Dosen eine Schnur gefädelt wird, die dann irgendwo in den Baum gehängt wird. Das sollte es nicht sein. So eine Nisthilfe sollte immer fest an einem Standort angebracht werden, also entweder an einem Stab, irgendwo an der Hauswand, an der Schuppenwand oder an einem Baumstamm. Also sollte immer irgendwo im Idealfall eine Rückwand, eine Rückplatte befestigt sein, die man dann irgendwo fest aufhängen kann, dass sich das Ganze nicht so sehr im Wind bewegt und die Bienen da nicht verunsichert. Die Nisthilfe sollte also einfach gesagt einen festen Platz bekommen, an dem sie sicher und stabil verbleiben kann und dort auch nicht weiter stört. Ja, nichts wäre dann blöder, wenn ich die Nisthilfe nochmal umhängen müsste und die bereits aktiven Bienen gar nicht mehr wissen, wo sie angefangen haben und sich dann nicht mehr richtig orientieren können. Wem sowas jetzt hier in so einer Blechdose vielleicht ein bisschen zu einfach ist und vielleicht optisch auch nicht unbedingt so das Highlight, der kann das Ganze relativ einfach ein bisschen tunen, sage ich mal. Wer zu Hause ein bisschen Restholz hat, ich bin auch so ein Bastler. Ich habe immer ein kleines bisschen Schnittholz noch im Keller rumliegen oder solches Leimholz, was auch immer gerade da ist und habe mir hier einfach so ein kleines Dach gezimmert. Ich habe das ein kleines bisschen eingeölt, das sollte dann auch gut einziehen und gut abgerieben werden, eine Zeit lang einwirken, bevor es dann rauskommt. Ist in dem Fall auch nur ein Wetterschutzdach, denn die Bienen sollen ja hier einziehen und dann kann man die Dose wunderbar, bevor man sie befüllt, hier hinten drin befestigen in der Wand und kann das Ganze entsprechend wieder aufhängen. Man könnte auch, wie zum Beispiel hier bei diesem Modell, hinten noch eine kleine Latte dran befestigen und dann hat man auch oben oder unten eine Aufhängung mit einer Bohrung drin für eine Schraube, was auch immer, kann das zu Hause an der Schuppenwand, an der Pergola, wo auch immer, relativ einfach anschrauben und dann ist es wetterfest und stabil und kann bleiben und die Bienen können einziehen. Wem das mit der Bambusröhrchenschneiderei zu viel wird oder zu aufwendig ist, der kann auch auf solche Pappröhrchen hier zurückgreifen. Die sind speziell angefertigt extra für solche Bienenisthilfen. Die kann man kaufen in 200-Packs, 300-Packs, 600-Packs, was auch immer. Die kann man sich fertig bestellen, erhält dann solche Pappröhrchen und muss sich dann am Ende nur noch um ein Gehäuse kümmern, wo das Ganze eingesetzt wird. Ich habe das in dem Fall mal hier mit diesem Modell gemacht, ähnlich aufgebaut oder im Grunde genommen genauso aufgebaut wie hier das Gehäuse für unsere Dose, nur dass es einmal rundherum geschlossen ist, sodass die Nisthülsen alle wunderbar reinpassen und wie ich das gerade gemacht habe, das schauen wir uns gerade mal schnell im Schnelldurchgang an. Ich bin das hingegangen, habe mir mal eine kleine Skizze gemacht, habe mir die Maße mal eben alle aufgeschrieben und dann mal nach ein bisschen Restholz geschaut. Das säge ich mir mal eben gerade zu, keine große Arbeit. Wer da eine Kreissäge hat oder eine Stichsäge, was auch immer, das muss auch gar nicht so 100% sauber sein. Das kann man auch aus jedem anderen Restholz machen. Dann habe ich mir also mein Gehäuse zusammengeschraubt und verleimt entsprechend. Nochmal die Röhrchenprobe gesetzt, das Ganze dann ordentlich abgeschlossen von außen. Man kann es dann auch nochmal mit einer Leinölführenden oder einem Bio-Holzschutzöl entsprechend von außen ein bisschen imprägnieren. Den gesamten Einbaubereich für die Niströhren habe ich dabei ausgelassen. Hier mische ich mir jetzt gerade ein kleines bisschen Lehm an. Das ist ganz normaler natürlicher Lehm. Da kommt ein Klecks unten am Boden rein. Der wird ein kleines bisschen verteilt, ungefähr einen Zentimeter dick etwa. Und dann habe ich da die Röhrchen angefangen, einfach hinein zu stapeln. Da muss man ein bisschen aufpassen, dass die ordentlich übereinander liegen. Sonst wird es später ein bisschen schwierig, wenn die da kreuz und quer alle drinstecken. Hier in dem Beispiel habe ich gleich noch ein Hasengitter drauf gemacht. Eine ordentliche Weite von etwa 20 Millimetern habe ich hier gewählt. Also 15 bis 20 Millimeter kann man da locker nehmen. Da können die Bienen teilweise auch noch gut durchfliegen, ohne dass sie durchklettern müssen. Ja, also wie man sieht, ist eigentlich gar kein so ein Riesenthema. Ist mal ein hübsches Bauprojekt für zwischendurch. Wenn man da Ambitionen zu hat und sowas mal selber bauen möchte, kann man da durchaus einiges in der Richtung machen. Hier vorne ist ein Schutzkitter drauf, habe ich auch gezeigt im Clip. Das ist so eine Art Hasendraht oder so ähnlich wie Hasendraht. Man sollte da ein bisschen auf eine größere Maschenweite achten, wenn man sich da was besorgt, dass es nicht zu eng wird, dass auch eine Biene durchpasst. Im Idealfall sogar durchfliegen kann, ohne dass sie auf dem Draht landen muss, sich durchquälen muss und dann weiter zu ihrer Röhre fliegen kann. Also hier habe ich darauf geachtet, dass es wirklich so groß ist, dass die Bienen problemlos durchfliegen können. Aber ein Vogel oder wer auch immer sich an den Röhren zu schaffen machen möchte, doch ein bisschen daran gehindert wird. Kommen wir zum Selbstbohren ins Holz. Ich kann natürlich so einen kompletten Hartholzklotz nehmen. Es eignen sich viele Harthölzer, Laubhölzer. Also hier zum Beispiel, ja gut, das ist jetzt in dem Fall Buche. Buche ist nicht zu 100% wetterfest, wird für den Außenbereich in der Regel eigentlich nicht empfohlen. Aber zum Beispiel Eiche oder Esche sind da gute Alternativen, allerdings auch ein kleines bisschen kostspielig. Vielleicht kann man in einer Schreinerei mal nachfragen oder in einer Tischlerei überall, wo Harthölzer verarbeitet werden. Vielleicht kommt man da an kleine Balkenabschnitte ran, die man sinnvoll verwenden kann. Wichtig wäre zunächst mal, wie man überhaupt in das Holz hineinbohrt, von welcher Seite, aus welcher Richtung, in welcher Lage. Denn das ist gar nicht mal so selbstverständlich, dass man aus jeder Richtung ins Holz reinbohrt und damit auch einen großen Erfolg erzielt. Viele Hölzer, beziehungsweise viele alte Wildbienenhotels, Wildbienen-Nisthilfen, die man früher noch kennt, in großen Baumscheiben und so weiter, die werden alle in das sogenannte Stirnholz, in das Hirnholz des Holzes gebohrt, sprich in die Schnittseite. Wenn man sich einen Stamm, einen Ast vorstellt, wie jetzt hier zum Beispiel, das hier vorne ist das Stirnholz an der Stelle und seitlich, wenn man quasi die Jahresringe durchdringt, das wäre die richtige Position für die Bohrungen, da dort die wenigsten Splitter entstehen und das Holz am wenigsten reißen kann. Hier in diesem Aststück habe ich mal zur Probe abgesägt, ein kleines Stück. Da sind in der Stirn auch schon Risse drin. Das liegt jetzt hier etwas über ein Jahr zum Abtrocknen, hat Risse bekommen. Und wenn man jetzt hier Bohrungen drin hätte und die würden im Nachhinein reißen, dann wäre das quasi verlorene Liebesmüh. Der Brutkammerinhalt ist gefährdet. Es können Pilze eindringen, es können vielleicht sogar Schädlinge eindringen und die Brut zunichte machen. Und wenn die Biene schon bei der Wohnungssuche, bei der Löchersuche dann entsprechend Risse vorfindet beziehungsweise geschädigte Röhren, dann wird sie da auch gar nicht erst einziehen. Die Unterschiede der Bohrungen in den einzelnen Hölzern zeige ich hier nochmal eben. Hier habe ich jetzt zum Beispiel mal exemplarisch in so einen Bucheklotz reingebohrt. Buche ist ja ein Hartholz. Ich habe frische Bohrer genommen, die sind noch richtig schön scharf. Das hat ganz tolle Bohrungen gegeben. Die sehen auch optisch innen schon gar nicht mal so schlecht aus und äußerlich ist kaum Grat entstanden. Hingegen habe ich hier zum Beispiel so ein Stück Balken, Fichte, Tanne, irgend so was in der Richtung wird es sein. Da habe ich auch Bohrungen reingebracht, in dem Fall jetzt hier mal 8 bis 10 mm etwa. Und die sehen äußerlich eigentlich mal gar nicht so schlecht aus, wenn man sie abgeschliffen hat. Aber wenn man jetzt mal hinten reinschaut, das gucken wir uns jetzt hier mal von Nahem an, dann sieht man eigentlich, dass die Bohrungswandungen richtig rau ausgefranst, die Fasern mitgenommen werden. Durch den schnellen Wuchs des Baumes sind dort weiche Jahresringe drin, die eigentlich komplett zerfasern und eine ganz raue Wandung erzeugen. Wir wollen den Bienen ja saubere, glatte Nistbohrungen, Niströhren zur Verfügung stellen. Und dann wäre es natürlich besonders kontraproduktiv an der Stelle, wenn sich solche Fasern bei Feuchtigkeit oder bei feuchter Witterung auch noch abstellen und unnötig Stress bedeuten, bis hin zu einer Verletzung der Biene führen könnten oder gar zur Verletzung der Flügel. Denn das, das haben wir schon im letzten Bienenvideo gehört, könnte dann letzten Endes zum Tod der Biene führen. Bei den Durchmessern der Bohrungen eignen sich besonders die Größen von 2, 2,5 bis hin zu 10 Millimetern etwa, die dann auch auf eine ausreichende Tiefe gebohrt werden sollten. Also nicht wie in diesem exemplarischen Klotz hier, sondern tatsächlich, wie in unserem Beispiel hier am großen Klotz, dass wir eine möglichst hohe, große Tiefe erreichen von mindestens mal 80 Millimeter bis 100 Millimeter oder sogar ein kleines bisschen tiefer, wenn es denn möglich ist. Und das geht mit solchen überlangen Bohrern, die man kaufen kann. Das sind auch spezielle Holzbohrer, die sind nochmal lang. Die gibt es hier in 10 Millimeter oder hier zum Beispiel in 4 Millimeter für gerade solche Aktionen. Die sind natürlich für Balkenbohrungen und alles Mögliche beim Bauen gedacht, aber für unsere Bienenhilfen sind die hervorragend geeignet, denn damit komme ich besonders tief ins Holz hinein, habe einen scharfen Anschnitt, der ist entsprechend ausgespitzt und die Flanke der Schneide schneidet zuerst ins Holz und kann da schon einen sauberen Vorschnitt erzeugen und franzt das Holz nicht so schnell aus. Wenn das Ganze dann geschehen ist, besorgt man sich oder man hat es im Hobbykeller in der Werkstatt, ein bisschen Schmirgelpapier, ein Klotz. Bei mir ist das immer hier so ein Stückchen Dachlatte oder irgendwas, was jetzt gerade übrig ist. Ich habe auch einen richtigen Schleifklotz, aber der liegt immer Gott weiß wo. Also bei mir tut es immer so ein kleiner Holzklotz. Der kommt hier rein, dann lege ich das Schleifpapier drum und dann wird das Ganze mal ordentlich kurz von der Frontseite der Bohrung abgeschliffen und dann sind auch die letzten Fasern der Bohrung komplett entfernt und ich habe hier eine saubere Bohrung. Wem das an der Stelle hier zu scharf erscheint, da muss man auch ein bisschen vorsichtig sein oder da ist ein bisschen was ausgerissen, der kann auch hingehen, macht sich hier mit Schmirgelpapier so eine kleine Spitze und kann dann in den großen Bohrungen das Ganze noch mal ein kleines bisschen nacharbeiten, dass das Ganze zum Bohrungsrand hin wirklich fransen- und splitterfrei ist. Und damit all diese unterschiedlichen Durchmesser an Bohrungen, die wir jetzt hier in so einen Holzklotz hineinbohren können oder die wir mit solchen Bambusröhrchen oder was auch immer zur Verfügung stellen, muss auch der entsprechende Lebensraum vorhanden sein. Entsprechende Plühpflanzen, der Garten muss entsprechend gestaltet sein, damit diese Arten von Wildbienen überhaupt angelockt werden, Nahrung finden und dann überhaupt ein Interesse daran haben, sich in deinem Garten vorzupflanzen und solche Nisthilfen hier mit den entsprechenden Bohrungen zu beziehen. Erst dann können wir tatsächlich von aktivem Wildbienenschutz sprechen, denn ansonsten würde ein Glied in der Kette fehlen und das Ganze hätte im Grunde genommen gar keinen Sinn. Ich werde hier meine Modelle jetzt noch fertig montieren. Die Dose kommt jetzt noch hier an das Dach, da kommt noch eine Halterung dran und dann bringe ich das Ganze raus in den Garten. Was die Aufhängrichtung betrifft, ist es ähnlich wie bei den Vogelnistkästen. Die Bienen, die favorisieren da eine Ausrichtung entweder südöstlich oder südwestlich. Vielleicht ist es ja für den einen oder anderen jetzt noch ein kleiner Ansporn, nochmal schnell in die Hobbywerkstatt zu flitzen und mit den vorhandenen Baumaterialien, die ihr vielleicht zu Hause habt oder schnell organisieren könnt, eine kleine Nisthilfe zu bauen für die Bienen, ein bisschen was Gutes zu tun in der Richtung, wenn die entsprechenden Pflanzen im Garten vorhanden sind und ihr auf jeden Fall was Blühendes, Nektarreiches im Garten habt, was durch die Bienen angenommen wird, dann wäre das doch jetzt eine tolle Maßnahme. Wenn euch das Video und die Tipps gefallen haben, lasst mir doch gerne wieder einen Daumen da, teilt das Video, gebt es weiter, schaut auch gerne in das letzte Video hinein. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. Auch bei den nächsten Teilen wird es weitergehen. Wird jetzt noch ein bisschen dauern, aber auch da gehen wir näher auf die Pflanzenarten ein, auf die Gartengestaltung, was man da genau pflanzen sollte und was man bienenfreundlich im Garten noch so alles machen kann, außer solchen Bienen-Nisthilfen hier, was die Pflanzen betrifft. Das folgt jetzt in den kommenden Videos. Aber hier möchte ich für heute schließen, wünsche euch ganz viel Spaß mit euren Beobachtungen und bis zum nächsten Mal. In diesem Sinne, macht's gut. Tschüss.